Die Bergbahner Flumser Werk ist mit diesen 17 Bahnanlagen die grösste Seilbahnunternehmung zwischen Zürich und Chur. Zusammen mit unseren Unternehmensbereich Gastronomie und Sportgeschäft beschäftigen wir in der Hauptsaison rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Grund für die Einführung von Beekeeper sind Rückmeldungen aus der Belegschaft. Sie haben sich schlecht informiert gefühlt. Vor der Einführung von Beekeeper haben wir über ganz verschiedenste Kanäle kommuniziert, vorwiegend über einen Aushang in Papierform und über verschiedene Messengendienste und dieser Zustand ist nicht ganz ideal gewesen. Im Juli 2020 haben wir Beekeeper eingeführt und sind sprichwörtlich durchgestartet. Beekeeper ist unser Hauptinformationskanal. Wir können mit einem Klick alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am ganzen Berg erreichen. Unsere Saisonmitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen im Spatherbst ihre Zugangsdaten für Beekeeper und sind ab dann bestens über jegliche Saisonvorbereitungsarbeiten informiert. Seit der Einführung von Beekeeper hat sich die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Unternehmensbereichen deutlich verbessert. Schlussendlich profitiert auch unser Gast von unserer schnelleren und besseren Kommunikation. Für den Betrieb mit über 12'000 Gästen am Berg ist Beekeeper essentiell. Wir können uns einen Betrieb ohne Beekeeper nicht mehr vorstellen. Geräte wären Ihnen die